Ja hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Let's Play Assassin's Creed Black Flag mit mit dem Sascha. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, wir müssen... Lee-Segel heißen, los geht's! Käpt'n, Lee-Segel besser werden vom Freund bewacht. Rahm- und Mars-Segel festzurren! Pult, alles besser, Hauptsegel röffen! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Aufstellung, ihr Morden! Setz jeden Zoll Segel! Feuer! Verdammt daneben! Was? Wieso? Wieso daneben? Feindliches Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst Feuer! Ein Wrack mehr! Wo sind sie denn? Was sind die Briten? Feuer! Da ist sie am schwächsten, Käpt'n! Feuer! Heel! Wollt sie sie drücken? Heel! Verdammt! Das Feuerschiff darf nicht sinken! Ja! Ja! Das Feuerschiff darf nicht sinken! Das Feuerschiff darf nicht sinken! Das Feuerschiff darf nicht sinken! Ja! Feuer! Bereit zu Feuern, Käpt'n! An die Schotentörner! Ja! Alles setzen und schafft und blind ausrechten! Alle Seele setzt uns starken fest! Feindliches Feuer! Unsinn! Ernsthaft jetzt? Alter, ich kann mich gar nicht... Was sind denn das? Bleib bei Flagen! Käpt'n! Es darf nicht sinken! Ja! Feuer! Na, Käpt'n! Feindliches Feuer! Feuern! Gegner, feuern! Feuer! Messen! Der Winkel steckt noch nicht! Sind bereit, Sir! Vorsicht, Käpt'n! Kanker und Käpt'n! Sie feuert mehrere Salven! Jaha! Na! Sie präsentieren sich uns! Na, haltet euch fest! Feindliches Feuer! Na! Bleib beim Feuerschiff, Käpt'n! Ja, wo ist denn das Feuerschiff? Sie feuern, Sir! Da ist es! Feuer! Ein paar Treffer hier haben sie dreht! Feuer! Feindlicher auf den Grund! Ein Wrack mehr! Feuer! Es ist vorbei! Sind die Hacken fest! Feuer! Hebt den Befehl, Sir! Das Feuerschiff darf nicht sinken! Es ist unser Ast! 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 Feuer! Feindlicher auf den Grund! Ein Wrack mehr! Das Feuerschiff explodiert bald! Pass auf, Käpt'n! Wir sind durch! Nun weg von der Flotte und wir haben's geschafft! Patient. Ihr müsst nicht mehr ruhig über den Krieg dir kommen! Die Ärger! Ah, okay. Ja, ist er gut. Ja, ich hab's er... Achso. Achso, ich muss da hin. Klapp vorbei. Oh, doch getroffen. Klapp vorbei, klapp vorbei, klapp. Falsche Richtung gesegelt. So viele Segel wie ihr könnt! Nein! 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 Treffer! Aber noch halten wir durch. Bereit zu schießen, Son! Feier! Wir gehen unter! Feier! Tolles Segen! Nein, 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 nein. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich alle nicht, ihr kriegt mich, nein, scheiße, 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 ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr seid doch alles nur kleine, ja komm, kannst du gern probieren, aber da segle ich marottsfrech durch, genau, ah, seht ihr, keine Chance habt ihr, keine Chance, Punkt. Schön die Blockade durchstoßen mit unserem Feuerschiff. Einholen! So ein Gemetzel. Brennt ihr Bastarde. Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor. Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Jups. Tschöö. Ja gut, das lief leider nicht so gut. Aber es hat Spaß gemacht. Das war gefällt mir. Fortsetz. Oh, wir werden wieder ausgelockt, oder? Es geht wieder zu Abstergo und welche komischen Sachen hacken. Ne, wollte ich schon sagen. Der Hammerfels. Suchen sie im südlichen Teil der Welt auf, um größere Schiffe mit größerer Beute zu finden. Machen wir bestimmt, aber erst dann müssen wir unsere Jackdaw ein bisschen aufmöbeln. Tuning. Pimp my ride. Pimp my ship. Genau. Gerade Oktober 17, 18. Ahoy, Kind. Hast du was verpasst? Aye. Schade das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Aye. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Na gut, haben wir gerade mal Nassau befreit und schon müssen wir hier hin. wieder was machen zum kotzen sehr intelligent elegant das hätte mich bei einer kläden gekostet ist ja irgendwo klein ach da ist es gut ich hätte gesagt wir kümmern jetzt mal ein bisschen um meine montur guck mal was wir dann noch so ausrüsten können ja und gucken wir uns ein bisschen um die jackdorf zur flotte guck mal was über der flotte abgeht kein weiß flotte wie viel haben wir denn das ist ne fregato 12 63 15 na dann nehmen wir mal das hier schiff gesunken gut also wir haben ja noch mehr schiff haben wir dann gott ganz ehrlich es war der bruchte überspringen juhu jetzt Versenkt Aber ein eindeutiger Sieg Ich mach's mal Sicher, weiter spielen Gut, Seerschlachts 3, 2, 1... Bum! hast du ne Delle in mein Schiff gemacht jetzt bin ich dran versenkt nochmal bin ich dran diese dürfen die zweimal schießen und dann darf ich nur einmal schießen schon ein bisschen ungerecht und auch hier wieder eine Seelschlacht das ist die Schlachtbeginn und noch mal da hängt es macht Spaß auch wenn es nur so ein Pauserspiel ist also so ein Pauserspiel wo du einfach nur so ein paar Sachen machst alter, der hat gut reingehauen jetzt gerade gut 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 ist sicher weiterspielen oh da sind ein paar neue aufgetaucht Portugal ich werde es wahrscheinlich verlieren aber aber es gibt gut Geld da nein abbrechen was kann da das reicht erstmal die anderen schicken wir mal auf nein nein einfach mal dass alle schiffe unterwegs sind gut das haben wir schon mal erledigt dann schiff ausrüsten aber sorry wenn es gerade nicht ganz so interessant ist rumpfausbau da fehlt mir noch ein bisschen stahl die haben wir schon überhaupt nicht gut und dann rüsten wir noch mal uns ein bisschen auf so 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 okay okay äh quatsch faltertaste so was haben wir denn jetzt hier Pistolen AC-1 das braucht Knochen des großen weißen Hai okay 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 also die 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 monturen gefallen mir leute alle gar nicht na gut jetzt sind wir auch schon wieder bei 20 minuten umsehe ich gerade keine sind wir so Komisch, 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 komisch. Gut, aber die Zeit ist schon wieder rum. Ja, meine lieben Freunde, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed mit William Sascha. Dankeschön, bis morgen. Ciao.